Oh, ich krieg nie ein Posse. Ich bin immer nur Crewmate, Mann. Ich kotze. Bin ich jetzt ganz alleine hier oben? Oh, das ist falsch. Nee. What? Hey. What? Achso. Okay, super. Starke Puzzle, Dizzy. Starke Puzzle? Oh, oh, ich bin der Letzte. Alleine. Äh, war das noch? Oh, oh, what? Alright. Ich kann das doch. Dalu, kannst du mir erklären, warum du Oxygen nicht ausgemacht hast, obwohl die Sekunden noch 20... Am oberen Oxygen. Ja, und dann... Nee, trotz dich am oberen ausgemacht. Ja, ich stand am oberen. Maxi, hast du ihn gesehen? Ja, er ist mit mir da hochgelaufen. Okay, okay, okay. Aber dennoch ist er dann, obwohl er noch 20 Sekunden war, nach rechts gelaufen. Ja, weil du aus der Cafeteria kamst. Da kam ich nicht, kam ich nicht. Du kamst von Schutl sogar ohne Leiche. Nein, kam ich nicht. Ich kam aus Admin. Und vor allem, wie kamst du jetzt gerade vom Balkon, um den Report-Button zu drücken? Ich bin einfach rumgelaufen, um zu gucken, ob du jemanden ermordet hast, du Bengel. Hätte ich schon längst. Du, Bengel. Ja, weiß ich. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er es ist, aber ich fand's strange. Nee, also ich habe oben Oxygen ausgemacht, die Crew kann auch was machen. Ich habe ausgemacht. Ja. Hast du da Hassliebe zwischen euch eigentlich? Du standest daneben. Ja, wir fronten uns immer. Ich werde auch immer gehatet, dass ich immer Darlow im Fokus habe. Ja, das ist immer richtig so. Also ich bin der Meinung, dass endlich... Moment, dass ich gehatet werde? Ja. Am Anfang, der allererste Task, den haben Jay und Dardosh gemacht und sind zeitgleich losgelaufen. Das Blöde ist, die Taskbar hat einen Mini-Delay. Ich weiß nicht, ob einer gefakt hat. Welche Taskbar? Ich habe erstmal einmal nur draufgeklickt und muss abvergessen, dass ich gedrückt halten muss. Wie ist das mit den... Dann hat es wahrscheinlich sogar noch der andere gefakt, aber das ist halt Quatsch. Okay, mit dem Sprit. Die Vyja, sind die immer die gleiche Reihenfolge? Nein. Nee. Da, Luke. Nein, nein. Na gut. Ich dachte, ich hätte jetzt hier schon was Smartes gesehen. Ich bin aber auch gar mit den Impostoren, dass ich noch lebe. Sehr nett von uns. Ja, Jay hat die aus meiner Perspektive einen zweiten Vyja gemacht und ich dachte, im Moment, kann er die denn schon machen? Aber wenn die immer... Zweiten habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, die neben dem... Ja, aber die neben der Schleuse waren für mich die Zweiten. Ach so, für mich sind das die Ersten gewesen. Ja. Also ich... Haben wir heute keinen Impostor. Danke für das nette Gespräch. Ja, war nett, euch mal wieder zu reden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also viel Glück mit dem Morden. Ach. Dann wärst du schon längst tot, wenn ich es wäre. Alter, was ist denn hier los, Leute? Ja, Mike ist wieder ein Impostor. Oh, Jay! Ja, Jay! Bei ihm Q-Mate. Ich hätte erstmal Reddum reingedrückt. Sehr gut. Die Taktik wird immer valider. Super. Will rausgebracht. Was ist denn hier die Aufgabe? Äh... What? Ach so, Leute! Oh Gott! Haha! Okay. Hat keiner gesehen. Äh... Huch! Oh, hier oben habe ich ganz schlechte Erinnerungen. Äh... What? Ähm... Okay. Oh, bitte lass mich nicht alleine, Jungs. Lass mich nicht alleine, ich habe Angst. Das ist mal ganz angenehm. Das finde ich auch okay. Alarm! Endlich mal Ruhe. Ja. Ja. Kann das zufällig... Okay, Maxi, erzähl doch mal so ein bisschen, ne? Ja, erzähl doch erstmal, wo ist denn... wo ist denn... wo... wo ist denn hier Peter? Wo bist du? Ja, ich bin mit Dalu hochgegangen. Ich habe gerade eine Task bei... irgendwie... wie heißt das? Generator da gemacht. Okay. Ist euch noch jemand hinterher gerannt, wisst ihr das? Ne, noch nicht. Die Luke... also die Schleuse ist noch zu... also noch der Schleuser. Bist du noch da, Dalu? Bist du noch rechts? Ich stehe... ja, der... also der Reaktor ist an, Peter. Ich halte meine Hand gerade auf den rechten. Du bist wirklich am Reaktor? Ja. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ja, die ist eigentlich auch am Link. Sven war hinter mir, das habe ich gesehen. Äh, Jay war oben noch bei Plans, habe ich gesehen. Korrektibus. Ähm, ich habe noch einen dritten gesehen. Dizzy. Ich bin auch da oben. Dizzy. Und ich war im Greenhouse. Ich finde es geil, dass wir erst mal erzählen müssen, wo wir sind, bevor... So, die Leichtlinie unten links im Y. Richtung... also von oben gesehen Richtung Contamination. Ja. Wie kann man da hinwenden? Von wo? Naja, du kannst du auf der Map wirklich überall wenden. Aber ich glaube nicht mal, dass das ein Van-Killer ist. Der wird den abgeschlachtet haben und entweder mitgelaufen sein oder nach unten zum Launch-Bett gelaufen sein. Können wir eigentlich mal kurz sehen, wo die Leiche liegt? Also gerade Nase. Und links im Y. Jetzt willst du irgendwie Zeit schinden oder so? Ey, im Y kam mir vorhin Mushroom entgegen. Das ist aber schon ein bisschen her. Also... Ne, aber... Ne, Mushroom war doch die ganze Zeit im Cafeteria und Balkon. Da war ich zumindest, da habe ich ihn gesehen. Der muss ja irgendwie in Cafeteria reingekommen sein. Das ist ja von Y, weil er an mir vorbeigelaufen ist. Ich weiß aber nicht, wann der Kill links passiert ist. Ich muss grad sagen, der liegt halt recht weit unten links. Das kann schon ewig her... Ich weiß nicht... Der kann da schon lange liegen. Jetzt redet nicht. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Doch, Nils hat eine clevere Frage gestellt. Ja, eben. Ich habe hier eine clevere Frage gestellt. Wo liegt immer die Leiche? Wo liegt immer die Leiche? Ich würde gerne auf Dardash voten. Einfach so. Ich behalte mein Mushroom im Auge. Ich habe das wirklich nicht gehört gerade. Ich habe das halt wirklich nicht gehört. Also Mushroom ist in Laboratory noch reingegangen. Das müssen wir uns mal merken. Da ist Ray noch gewesen. Okay, passt. Alle Kumpels. Hier hat wieder Checkerschmecker gemacht. Gotta be fucking kidding me. Ich habe Dizzy gerade noch gesehen und er stand oben. Wo? Quasi, du kommst Admin raus und dann hoch. Da hat er gerade noch eine Task gemacht. Ich habe den Mod gesehen, Peter. Ray hat vor mir gerade einfach wen gekippt. Ich glaube, Dizzy habe ich gesnackt, oder? Ja. Äh, reported. Wo bist du gerade? Das habe ich gesnackt. Das macht es jetzt nicht besser. Ei, ei, ei. Ich bin da rumgelaufen zum Office, als er Reaktor-Melddown war. Weil ich mir sicher war, dass jetzt irgendwas da oben passiert. Und bin in den Office rein und sehe noch gerade, wie der gute Dizzy die obere Hälfte verliert. Und Ray steht genau da. Also, das ist Ray. Ja. Ich habe tatsächlich Ray da vorher auch gesehen, muss ich sagen. Ich vertraue auch eher an Mike gerade, weil ich die ganze Zeit mit Maxi und Sven und Mike rumgelaufen bin. Und Maschum gegen Ende auch. Ja, Maschum gegen Ende, aber dem vertraue ich nicht, weil er schon ver... Das ist ein riesen Fenster. Jeder, der die Task mal gemacht hat, müsste das auch wissen. Also, geil, hinter meinem Rücken gekillt und jetzt auf mich schieben. Perfekt, Mike. Ich habe Ray aber auch wenig gesehen. Vielleicht ist der in dem Fenster gewesen. Ne, ganz kurz, wenn ich den Kill da machen würde, würde ich da reporten, wenn du da im Fenster sitzt? Ja, ja klar, um den Verdacht auf mich zu legen. Aber, ja doch. Ja gut, ist... Also für mich ist dann klar Mike, aber... Verständlich könnte mich auch ohne, aber dann, dann bodet halt Mike halt auch. Oder halt hinter eurem Rücken hat irgendjemand anders hattiert, noch der jetzt natürlich nicht reingeht. Das machen wir gar nicht. Was machen wir? Was machen wir? Ray voten. Für mich ist da eine Aussage gegen Aussage. Dann bodet er auch. Oh, ich würde eine Aussage gegen Aussage. Was? Ich habe sie geskippt. Also theoretisch können wir jetzt Mike auch noch nehmen. Verdächtig, Peter. Aber da habe ich mich auch letztes Mal drüber aufgeregt. Wir merken, grün und gelb haben nicht gevotet. Ist Peter der Snacker? Oh, Peter. Okay, da war noch ein guter. Wer war der Zweite? Ja, ich natürlich. Mushroom. Aha. Sorry Ray, das war unlucky für dich. Ey Ray, das war ja wohl bitte der größte Kack-Cube. Die Map ist furchtbar. Die Map ist einfach nur Schmutz. Ne, die Map ist schon geil, wenn man es richtig... Aber das Problem ist, ihr seid halt immer zusammen im Trott und so. Du kannst halt maximal mit deinem Kollegen einen Double-Kill machen. Aber wenn der da gerade nicht schaltet in dem Moment, dann ja... Immer lights. Immer lights. Du kannst sogar lights, wenn Licht aus, kannst du sogar wen umbringen, wenn sein Kollege daneben steht. Ich bin ja gern mal im Poster, aber auf dem Moment bin ich es halt gar nicht gern, ey. Ja, das war es gar nicht so. Ja, das war so. Vielen Dank.